In diesem Video zeige ich euch eine klassische Lasagne. Ich nenne sie klassische Lasagne Deluxe. Warum ich sie so nenne, lasst euch überraschen. Zählt einfach mal mit, wie viele Schichten diese Lasagne hat. Wenn ihr nicht mitzählen wollt, am Ende verrate ich es euch. Und es gibt noch eine Deluxe Variante, die verrate ich euch etwas später. Ich bin Kalle und ihr seid bei Koksum mit Kalle. Herzlich Willkommen! Die Zutaten für meine Lasagne lasse ich hier wieder durchlaufen. Ihr könnt sie aber alle unter diesem Video nachlesen. Vielleicht hat der ein oder andere das gerade schon gesehen. 2000 Milliliter Bolognese braucht ihr dafür. Die habe ich selber gemacht und eingekocht. Wie das geht, erfahrt ihr in diesem Video hier oben. Zunächst wird die Bolognese erhitzt und noch einmal abgebunden, damit die Standfestigkeit der Lasagne später besser ist. Für das Abbinden habe ich Speisestärke benutzt. Diese habe ich mit Wasser verrührt und dann zur Bolognese hinzugeführt. Beim Abbinden immer vorsichtig vorgehen. Notfalls noch einmal ein bisschen nachgießen. Wenn die Bolognese dann dick genug ist, kann sie erstmal beiseite gestellt werden. Und dann geht es auch schon an die Erstellung der Sauce Bechermehl. Dafür wird aus der Gemüsebrühe Pasta erstmal eine kräftige Gemüsebrühe hergestellt. Traditionell kommt an meine Sauce Bechermehl kein weiteres Gewürz. Weder Salz noch Pfeffer. Also muss die Gemüsebrühe den Geschmack bringen. Da mir die Gemüsebrühe mit einem Löffel noch nicht stark genug war, habe ich später nicht gefilmt. Nochmal einen halben Löffel Gemüsebrühe Pasta dazu getan. Wenn ich schon eine klassische Lasagne mache, dann kommt natürlich da auch eine klassische Sauce Bechermehl dran. Nach der Vorbereitung der Gemüsebrühe kommt jetzt als nächstes die klassische Roux Blanc oder auch weiße Roux dran. Dafür kann man Butter, Speiseöl oder wie hier zu sehen, Butterschmalz nehmen. Speiseöl oder auch Butterschmalz haben den Vorteil, dass die Wasserbestandteile bereits verkocht sind. Butter hingegen muss länger erhitzt werden und das auch noch vorsichtiger, damit die Milchbestandteile nicht verbrennen, aber die Wasserbestandteile verkochen. Wenn das Fett heiß genug ist, kommt das Mehl dazu und wird untergerührt. Jetzt wieder der Hinweis, in einer heißen Ruh muss als erstes zunächst kalte Flüssigkeit. Heiße Ruh und heiße Flüssigkeit würde sofort zur Klümpchenbildung führen. Deshalb zunächst kalte Sahne und kalte Milch hinzu und dann darf meinetwegen auch gerne die heiße oder noch warme Brühe dazu. Und ihr könnt es hier sehen, wenn ihr so vorgeht, entstehen keinerlei Klümpchen. Jetzt muss die Sauce Bechermehl noch mal drei bis fünf Minuten köcheln und dann kann auch sie erstmal beiseite gestellt werden. Und dann geht es auch schon an Schichten der Lasagne. Als erstes mal die Auflaufform einfetten. So, und jetzt beantworte ich auf die Frage, mit was beginnt man denn als erstes? Mit der Sauce oder den Platten? Erstaunlicherweise sieht man immer wieder Rezepte, in denen gesagt wird, als erstes Sauce. Aber jetzt versucht mal die Lasagne aus der Auflaufform herauszunehmen, wenn als erstes unten Sauce ist. Klappt nicht, die Sauce bleibt nämlich drin. Deswegen als erste Schicht, na klar, die Platten. Auch wenn das Video jetzt gleich schneller läuft, könnt ihr mal mitzählen, wie viele Schichten ich da schaffe. Als erstes, wie gesagt, eine Schicht Lasagneplatten. Darauf kommt dann Bolognese und dann die nächste Schicht Platten. Und hier könnt ihr dann sehen, warum meine Bolognese viel feiner ist. Die meisten haben in ihrer Bolognese regelrecht ganze Frikadellen drin. Das klappt dann natürlich nicht. Und jetzt kommt die nächste Deluxe-Variante. Noch einmal eine Schicht Lasagneplatten und da oben drauf kommt jetzt Saucebecher Mehl. Und weil es eben besser schmeckt, kommt da jetzt natürlich auch schon mal eine kleine Schicht Käse drauf. Und dann geht es weiter mit den Platten. Also wieder Lasagneplatten oben drauf und da als nächstes wieder Bolognese drauf. Platten, Bolognese, Platten, Bolognese und zum Schluss noch einmal Lasagneplatten. Und auf diese kommt dann ganz zum Schluss noch einmal Saucebecher Mehl. Und klar, ganz oben drauf kommt dann noch reichlich Käse. Wenn das alles soweit geschehen ist, kommt die Lasagne bei 180 Grad Umluft für 30 bis 35 Minuten in den Ofen. Die Zeit kann ein wenig variieren, das hängt vom Ofen ab. Sie sollte aber auf alle Fälle dann goldbraun, so wie hier gebacken sein. Na, habt ihr mitgezählt, wie viele Schichten sind es? Es sind exakt sieben Schichten. Und so eine Lasagne, die schmeckt. Ich wünsche jetzt gutes Gelingen beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle. Tschüss, euer Kalle.